Ja, das zeig ich dir an Rocky. Die Konkurrenz, oder was? Wie alt ist der im Zeitraum Rocky? Der wird so 7, 8 Jahre sein. Und wie schön, der ist so dick? Der hat ein dickes Föhr. Nein, der dickes Föhr. Winterfühl, weil der ist ganz im Winter draußen. Jetzt kannst du dich mal anschauen, der ist selber schlank geworden. Dann kannst du auch schauen, den YouTube. Schauen, über den man geht. Dann kannst du den zweiten auch schauen. Was ist der dick? Ja, wir haben es gerade im Ostenweil. Da haben wir nichts ausgeboten. Eine Kugel? Oder eine Kugel? Oder eine Kugel? Ja, eine Kugel. Oder eine Kugel? Ja, eine Kugel. Eine Kugel. Der hat ja, da haben wir 10 Minuten gebraucht. Was? 10 Minuten lang. Vielleicht nicht. Der hat ja auch gebraucht. Die wird passt dann. Da hat er Sandkisten gehabt. Du brauchst eine Sandkisten, und ich habe die Sandkisten gegessen. Und dann? Und dann? Die ganze Harte war das Winter. Echt? Das wollte ich ja nicht. Jedes Mal, wenn wir unten sind, irgendwo in Griechen, sind wir drüber geblieben. Und dann hat er uns da angenommen und den Tricks. Die ganze Harte war das. Echt? Ja. Und? Das ist super. Das ist super. So blagst du dich an. Du hast ihn mal dran. Ich habe den Fall abgemacht. Ich bin nicht getäuscht. Dann bin ich spazieren gegangen. So? So? Ja. Ich würde es mal aufgeben. Was hast du denn getäuschtet? So gut? Das Sand. Wie reinbeißen. Okay. Aber ich würde es fast so blöden anfangen. Und da wo geht es dann? Ja. Ich habe den Bord und so einen Dángel. Ich habe den Bord und so einen Dángel. Hm. Litter. Ich bin nicht da. Ich habe den Bord und dann geklekt. Was er das jetzt? Ich habe den Bord und dann. Aber ich habe den Bord. Aber ich habe den Bord.